hallo und herzlich willkommen und wunderschönen guten morgen zu einem kleinen infovideo und die leute was wir länger zu sehen die wissen ja ich spiele nicht nur call of duty und ich nur der first descendant oder andere games und dann spiele ich auch scum spiel schon seit release und ja da wollte ich jetzt mal kurz werbung machen für ein kommendes event also kommenden samstag diesen samstag und 6 7 nicht wundern im hintergrund läuft ein altes kurzes ich würde es nicht sagen gameplay von mir auch so ein kleines video von scum was ich vor längerer zeit mal gemacht habe es glaube ich schon zwei oder drei jahre alt ich glaube zwei jahre egal auf alle fälle ich blende ich jetzt mal den event plan ein von der redemption von dem server und da könnt ihr euch mal durchlesen es ist ein pfe event und es wird ein ziemlich lustiges event werden so wie immer sowie das event bei uns am server redemption server und ja also was müsste tun ihr müsst auf den link klicken den ich später unten in der infobox verlinke vom disco dann kommt ihr direkt in die willkommens channel und dort aus geht ihr in den channel server regeln den bestätigt ihr dann gibt es doch ober bei gibt es noch mal gibt es auch im channel da steht vorstellung er könnte vorstellen ihr müsst euch nicht vorstellen wäre aber schön wenn ihr euch ein bisschen vorstellen würdet und ja so mit name hobbys ihr wollt welche games ihr zockt und so und ja wie gesagt es gehen muss aber aus reiner höflichkeit würde ich es persönlich auch tun wenn es so einen channel gibt so eine vorstellung so eine channel und sorry und ja wie gesagt das ist ein pvp event kein pvp event es ist so zicke jede zweite woche versuchen wir auf unseren server auf der redemption server auch pvp event zu organisieren so jede zweite dritte woche in die richtung und wir würden uns freuen wenn ein paar leute dazu stoßen es ist jeder herzlich willkommen bei uns wir sind alle sehr sehr nett und lieb und haben auch alle den durchgeknallten humor also wir sind die reine chaos gruppe also bei uns hat man immer spaß und wie gesagt bei uns ist jeder herzlich willkommen ob youtuber streamer non streamer non youtuber ob einfach nur so hobbymäßig scum spielt und alles es ist völlig egal bei uns kann jeder mitmachen wie gesagt ich verlinke den discord unten in der infobox ihr könnt mir auch in die kommentare schreiben und beim mitmachen wollen wie wir euch kontaktieren ich werde auch dann die kontaktdaten jetzt stattdessen neues video egal ich werde auch die kontaktdaten nicht euch ich werde die kontaktdaten wenn ihr wollt an den admins weiterleiten damit unsere admins sich bei euch melden ihr könnt doch aber auch mir schreiben und ich kann so schreiben dann müssten wir dann nur schreiben wo man der hust ne dann erft ihr müsst mir dann nur schreiben wo ich euch kontaktieren kann ob tik tok instagram facebook ja außer twitter twitter besitze ich nicht oh man der hust ne ah sorry ne wie gesagt so instagram gucke ich am meisten nach tik tok relativ selten facebook auch selten also am besten wird auch instagram oder ihr schreibt mir wie gesagt unter die kommentare und zu dem video ich habe auch sicherheitshalber habe ich auch bei kanalinfo steht auch meine e mail adresse drin er könnte auch eine e mail schreiben aber bitte wenn ihr mir eine e mail schreibt dann schreibt ihr dann schreibt bitte euren youtube youtube channel namen und eventuell auch wo man auch gleich supporten könnte könnte auch einen youtube channel dazu dazu schreiben den link dazu schreiben wenn ich euch auch ein abo da lassen und und jo alter der husten ist so nervig ne ne aber auf alle fälle wenn ihr bock habt dann könnt ihr euch melden und ja dann würde ich mich wirklich freuen wenn da mehr leute auftauchen viel mehr spaß haben dass die community wächst vielleicht gefällt euch auch dann das server und ihr bleibt doch dann bei uns ne wie gesagt ich würde mich freuen also ich mache am samstag mit wie gesagt ich habe die ganze zeit hier eingeblendet den plan den event plan wann es startet wo er startet wie lange wann es losgeht wann die leute den teleportiert werden und ja sag ich mal danke fürs zusehen und fürs zuhören und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten mal ciao ciao